Hallo liebe Fußballfreunde, meiner Meinung von Hannover 96, ich finde von Hannover 96 das ganz leicht aussprechen, Hannover 96. Ich finde von Hannover 96, ich finde eure Stadion sehr schön, aber meine Vermutung ist von Hannover 96, ist eigentlich auch Zweite-Liga-Mannschaft, ja das will alle aussteigen von Zweite Liga, überhaupt keine Frage, der ist von Hannover 96, will das auch, aber das kann ich dir sehr schön sagen, wie das abläuft, von der Bundesliga, wenn Hannover 96 drin ist, gleich wie Darmstadt bezieht, Niedervereine, alle 18 Bundesliga-Vereine, das ist dann schwierig, spielen kann und siegen kann, Nee, glaube ich eher nicht, im meisten Unterschieden oder Niederlage. Ich weiß auch, wie Hannover 96 abläuft, wenn das Bundesliga drin ist, wie Darmstadt bezieht. Deswegen ist Hannover 96, ist gebleibt eine Zweite-Liga-Mannschaft. Ist auch nicht schlimm, lieber Zweite-Liga-Liga-Liga-Liga. Und ich will auch nicht, dass Hannover 96 das dritte Liga landet, das will ich nicht sehen. Und da, wenn das euch Darmstadt bezieht, ist es dann schwierig, wieder rauszukommen. Drei oder vier Faisons müssen jeden Tag hochkämpfen. Das geht nicht so leicht, dass es dann schwer ist, ich rede viel Fahrung. Von Karlslautern. Ich finde, von Hannover 96. Ich finde, einfach das schöne Stadion. Finde ich. Ich sage mal, viel Spaß von diesem Video, lieber Hannover 96. Und kann eure Fans, eure Trainerstab und Spieler gerne auch meinen Kanal abonnieren. Mein Kanal heißt Fußballfreunde. Ich kann gerne euch auch die Kirche-Glocke anmachen. Däumschwingen, gräumschieren. Und eure Meinungen in die Kommentare hier reinschreiben. Viel Spaß von diesem Video.